Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Ojo in Berlin Zweite Bundesliga 2017-2018, dritten Spieltag Erzelfs in Nürnberg gegen Ojo in Berlin, Ergebnis 2 zu 2 Startelf, Erzelfs in Nürnberg Griechenbaum, Valentini, Wakinter, Patrak, Leibbild Kamenbauer, Teuschacht, Mühlwald, Berens, Kirk Startelf von Ojo in Berlin, Busk, Trimmel, Leistener Torion, Papi Therson, Hürstener, Groß, Skatibaski, Chris Greilach, Hildelund, Polter Das war's von Erzelfs in Nürnberg gegen Ojo in Berlin 21 Uhr fertig 2.0 3.0 3.0 6.0 6.0